Freunde, ich hab da was für euch. Gestern gab es bereits die besten Tipps und Tricks zu den neuen iPhones, zum iPhone XS und dem iPhone XS Max. Heute ist die neue Apple Watch dran, Series 4. Auch wenn man denkt, hey, das ist eine Uhr, was soll es denn da an Tipps und Tricks geben? Glaubt mir, ich habe wieder einiges gefunden und das zeige ich euch jetzt. Wir starten mit einer Funktion, die unfassbar praktisch ist. Ihr möchtet irgendwo hingehen. Tür ist quasi schon zu und ihr merkt, Mist, wo ist eigentlich mein iPhone? Ich habe mein iPhone vergessen. Wo liegt das Teil? Dann habt ihr die Möglichkeit, das anzupingen. Und dann steht ihr vor der Herausforderung. Okay, wo kommt dieser Ton her? War das vorne, links, hinten, rechts? Stehe ich drauf? Ist das unterm Sofa? Ist das in der Sofaritze, wo ich gerade noch das Album von Bibi gefunden habe oder die letzten Chips gegessen habe? Beides möglich. Nun sagen wir, wir sind in einem dunklen Raum und wir möchten auch ein visuelles Signal haben. Gar kein Problem. Wenn ihr nämlich die iPhone-Ping-Taste gedrückt haltet, dann bekommt ihr noch ein Blitzsignal. Und naja, ich sage mal, in einem dunklen Raum fällt schon deutlich besser auf, wenn da irgendwo ein Licht leuchtet, als wenn man einfach nur einen Ton hört. Wie geht das Ganze? Na ja, ihr geht einfach in das Kontrollzentrum, habt dort iPhone-Unping. Und wenn ihr das gedrückt haltet für ungefähr anderthalb Sekunden, dann funktioniert das. Probiert das aus. Es ist wirklich sehr hilfreich im Alltag. Genauso hilfreich ist auch, dass ihr euer iPhone bzw. die Kamera über die Apple Watch auslösen könnt. Ihr geht dafür in die Kamera. Die Kamera wird auch gleichzeitig auf dem iPhone geöffnet. Und naja, jetzt könnt ihr das aber nicht nur auslösen. Es gibt noch deutlich, deutlich mehr. Ihr könnt natürlich einen Timer stellen, dann wird in drei Sekunden ausgelöst. Oder ihr tippt einfach den Auslöser. Ihr könnt hier aber auch neu fokussieren. Ihr könnt euch die Bilder hier anzeigen lassen. Ihr könnt reinzoomen, wenn ihr die Digital Crown dreht. Und, was auch sehr gut ist, per Force Touch, also wenn ihr in das Display drückt, dann könnt ihr noch zwischen dem Live-Modus wechseln. Ihr könnt auch normale Fotos machen. Ihr könnt halt eher ein- oder ausschalten, den Blitz. Und ihr könnt die Kamera wechseln. Und dann könnt ihr ein schönes Selfie machen. Dann könnt ihr einmal lächeln. Ihr könnt die Kamera wieder wechseln. Und ihr könnt natürlich auch den Frontblitz und sowas einstellen. All das ist möglich. Wozu das Ganze? Naja, zum Beispiel könnt ihr darüber super einfach Selfies machen. Ihr müsst niemanden fragen. Ihr positioniert euer iPhone. Ihr geht zur Kamera. Ihr fokussiert euch. Und zack, schon könnt ihr auslösen. Und habt ein Selfie, ohne dass ihr irgendwie eure Hände, euren Arm drin habt und so weiter. Wir machen weiter mit der Möglichkeit, dass ihr einen Screenshot erstellt. Das funktioniert natürlich auch auf der Uhr. Ihr denkt euch, Hey, guckt mal, ich habe ein richtig, richtig schickes, neues Wallpaper. Ein Watchface. Das möchte ich euch unbedingt zeigen. Dann könnt ihr das natürlich abfotografieren. Oder ihr erstellt ganz einfach einen Screenshot. Wie funktioniert das? Es gibt, ich sage mal, drei Wege. Und alle funktionieren ähnlich. Die Digital Crown und die Taste drunter haltet ihr gleichzeitig gedrückt. Zack, ein Screenshot wird erstellt. Oder ihr haltet die Digital Crown und drückt danach die Taste. Oder ihr drückt die Taste und danach die Crown. Und jeweils wird ein Screenshot aufgenommen. Es gibt allerdings zwei Dinge zu beachten. Zum einen die Fotos, die landen dann natürlich hier im ganz normalen Fotosordner auf eurem iPhone. Und ganz wichtig, ihr müsst diese Funktion erst aktivieren. Dazu gehen wir auf das iPhone, auf die Apple Watch App, gehen zu Allgemein. Und hier gibt es den Punkt, Bildschirmfotos aktivieren. Das ist von Anfang an deaktiviert. Sieht also so aus. Einfach einmal draufklicken, den Haken rüberziehen und schon könnt ihr eure Screenshots erstellen. Habt ihr verstanden? Habt ihr verstanden? Weiter geht es mit dem nächsten Punkt. Wir haben, wenn wir auf die Digital Crown drücken, alle unsere Apps in dieser schönen Übersicht. Wir können hier direkt rein- und rauszoomen. Das sieht schon nett aus. Allerdings ist das, ich sag mal, nicht immer der übersichtigste Weg. Und manchmal drückt man vielleicht auch daneben und öffnet nicht die App, die man gerne hätte. Kein Problem, wenn ihr denkt, ich hätte lieber eine Liste, dann könnt ihr das einstellen. Ihr drückt einfach in das Display und klickt dann auf Listenansicht und schon seht ihr alphabetisch untereinander sortiert alle Apps, die ihr hier drauf habt. Wenn ihr irgendwann denkt, ja komm, das ist praktisch, aber nicht so schön, dann drückt ihr einfach wieder rein, geht auf Rasterdarstellung und dann habt ihr eben wieder eure schöne Ansicht. Auch davon kann man übrigens einen ganz netten Screenshot machen. Probiert einfach das aus, was euch besser gefällt. Wir kommen zu einem Punkt, dazu habe ich bei der ersten Watch mal ein Video gemacht, und zwar, warum wir alle die Apple Watch falsch rumtragen. Was genau meine ich? Naja, man kann die App natürlich, oder die Apple Watch natürlich so tragen, dass die Crown oben ist, oder aber man dreht das Ganze einfach um und hat dann die Digital Crown, Digital Crown, das habe ich jetzt ordentlich vernuschelt, unten links. Das klingt im ersten Moment sehr, sehr seltsam. Ich kann euch aber versprechen, ich finde, das ist die deutlich natürlichere Weise, das zu tragen. Einfach, weil man mit dem Daumen angenehmer die Crown drücken kann und auch die Tasten. Wie gesagt, probiert das unbedingt aus. Ihr verdeckt natürlich nicht das Display und mit dem Daumen kann man die Crown ebenso gut bedienen, aber es ist einfach ein anderer Weg. Probiert das gerne mal aus, wenn ihr denkt, hey, das ist absoluter Schwachsinn, Fuchs, was redest du da? Dann lasst ihr das ganz einfach, aber für den Fall, dass ihr das dreht. Natürlich hat Apple das von Anfang an schon immer drin gehabt und ihr könnt in der Urausrichtung die Seite der Crown ändern und jetzt achtet mal drauf, warte, wir zoomen mal ein bisschen rein, wenn wir das drehen, dann dreht sich natürlich auch das Display. Also auch Apple hatte das schon immer im Sinn, auch weil die zwischen linken und rechten Handgelenk wechseln können. Überlegt euch, was euch besser gefällt, überlegt euch, ob ihr damit was anfangen, könnt und auch wenn ihr denkt, nee, das ist doch Schwachsinn, probiert es aus und wenn es nur für einen Tag ist, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja so besser. Weiter machen wir mit der Stoppuhr. Also wir drehen das hier übrigens mal wieder, dass wir alles sehen. So, alles richtig rum. Okay, jetzt gehen wir in die Stoppuhr. Die sieht hier so aus und die können wir starten und das sieht nett aus. Allerdings sind wir, glaube ich, alle mittlerweile ans Digitale gewöhnt und wer denkt, ja, so eine analoge Uhr, schick, aber vielleicht ist mir das nicht schön genug. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr hier per Forst hat, strückt, noch verschiedene andere Möglichkeiten zu zeigen. Zum Beispiel eben auch eine ganz normale Digitale, so wie wir das ja mittlerweile gewöhnt sind. Ich finde das übersichtlicher, ich finde das ein bisschen netter gestaltet, auch wenn es nicht so viele Details sind, aber so stelle ich mir eine Stoppuhr vor. Gar kein Problem, ist hier natürlich möglich. Auch das könnt ihr gerne ausprobieren. Eine Sache, die man ausprobieren kann und vermutlich wird, ist dieses, hey, erinnere mich doch daran, dass ich stehen muss oder dass ich mal atmen muss. Das ist hier eine der wichtigen Funktionen bei der Apple Watch und tatsächlich ist sie auch gar nicht so dumm. Sie ist sogar sehr hilfreich im Alltag. Aber wenn man sich darauf nicht einlassen möchte oder wenn man denkt, komm, bitte, bitte, lass mich damit in Ruhe, dann könnt ihr das natürlich deaktivieren. Wie, zeige ich euch. Wir gehen wieder in die ganz normale Watch-App. Heißt ganz einfach Watch. Und hier gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Eben zum Beispiel auch sowas wie Health. Hier könnt ihr dann alle eure Daten eingeben. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, unter Herzfrequenz noch ein bisschen was zu ändern. Wann sollt ihr wie erinnert werden? Und dann eben das, was ich euch zeigen möchte. Unter Allgemein gibt es hier gar nichts. Unter Mitteilungen haben wir hier die Möglichkeit, Aktivität. Erinnerung zum Stehen. Naja, komm, möchte ich nicht. Kommt weg. Erreichte Ziele. All das. Oder zum Beispiel auch beim Atmen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr das deaktivieren. Falls ihr denkt, doch, das ist praktisch, aber ich hätte das gerne ein bisschen anders, dann könnt ihr all das hier einstellen. Also, auch das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Jetzt kommen wir zu dem Fall, dass wir in einer App sind und dieser hat sich aufgehängt. Kann ja immer mal wieder vorkommen. Es passiert einfach nichts mehr. Ihr könnt drücken, was auch immer ihr wollt. Nichts geht. Dann könnt ihr die Uhr dazu zwingen, neu zu starten. Wie genau geht das? Ich zeige es euch. Ihr haltet die Crown und die Taste gleichzeitig gedrückt und zwar für eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden und dann seht ihr schon, die Uhr startet neu. Das Apple-Logo kommt und dann könnt ihr auch ganz normal wieder weiterarbeiten. Während das jetzt hochfährt, kann ich euch vielleicht ein bisschen was sagen. Ich bin bisher recht angetan von der Apple Watch. Allerdings habe ich mich für die 40mm Variante entschieden und die finde ich für meine wurstigen Handgelenke dann doch ein bisschen zu klein. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich mich wohl für die 44mm Variante entscheiden. Das ganz kurz dazu. Habe ich euch schon erzählt, dass ihr das Display aufwecken könnt, wenn ihr einfach drauf tippt und wenn ihr eure Hand drauf legt, legt ihr das Ganze wieder schlafen. Ich denke schon, wollte ich auf jeden Fall aber nochmal erzählt haben. Und da sind wir wieder. Was können wir noch machen? Angenommen, wir sind hier auf dem iPhone und wir schauen gerade ein YouTube-Video zum Beispiel. So. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch auf der Apple Watch sehen. Und zwar nicht nur sehen, sondern ihr könnt das auch steuern und ihr könnt sogar die Lautstärke ändern. Bedeutet, wenn das hier weiterläuft, dann könnt ihr euch das noch ein bisschen gemütlicher machen. Das iPhone steht einfach hier vielleicht in seinem Stand oder vielleicht in seiner Halterung und ihr steuert einfach alles über die Apple Watch. Ganz ehrlich, ist natürlich eine Spielerei, funktioniert aber, ist eine gute Funktion, sollte man kennen. Wir kommen zum Kontrollzentrum. Wir haben es eben schon mal erwähnt. Jetzt gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dass ihr das umordnet. Bedeutet, wenn ihr nicht das WLAN oben haben wollt oder die Taschenlampe vielleicht ein bisschen weiter oben, dann haltet ihr das einfach. Na? Verzeihung. Filter. Ihr scrollt nach unten, das geht natürlich über den Finger oder über die Crown und jetzt klickt ihr auf Bearbeiten. Jetzt wackelt wieder alles, so wie ihr das auch vom iPhone kennt. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel die Taschenlampe nach oben ziehen oder ihr denkt, iPhone ping, hey, das ist so wichtig. Hoch damit. Dann drückt ihr wieder auf die Crown und dann habt ihr das eben ein bisschen umpositioniert. Wie gesagt, ihr könnt das so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Jetzt kommen wir noch mal zum Ziffernblatt. Das ist ein Bild, das ich aufgenommen habe. Das sieht so aber nicht aus im Normalfall. Wir gehen hier mal zu den Apps und gehen dann zu Fotos, denn ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Fotos, die ihr aufgenommen habt, auch ganz einfach als Hintergrundbild einzustellen. Ich habe dafür dieses Bild genommen. Nehmen wir mal das. Jetzt haben wir es aufgerufen. Jetzt drücken wir in die Mitte per Force Touch und jetzt können wir das per Ziffernblatt einstellen. Und zwar ganz normal so wie es ist oder als Kaleidoskop-Ziffernblatt. Das ist das, was ich ausgewählt habe. Und dann habt ihr eben diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, das einzustellen. Jetzt erkennt man zum Beispiel keine Palme mehr, aber auch das sieht doch irgendwie nett aus oder ihr macht das so oder so. Das Schöne ist, das sind eure Fotos, die ihr selbst eingestellt habt und naja, das ist doch immer eine ganz nette Sache. Und wir kommen zu den letzten zwei Tipps. Wir sind irgendwo unterwegs in Karten. Wir möchten uns hinnavigieren lassen und denken uns, hey, das wäre doch ganz gut, wenn ich jetzt wüsste, wie hier die öffentlichen Mittel fahren. Und dann ist es gar kein Problem. Wir stellen erstmal hier unter Allgemein Ortungsdienste die Ortungsdienste an, dass wir auch gefunden werden können. und wenn er uns gefunden hat, dann gehen wir wieder in Maps, Standort, suchen uns einen anderen Ort, hier irgendwo in München. Das zoomen wir mal wieder ein bisschen rein. Und wenn ihr jetzt in die Mitte drückt, wieder per Forstouch, dann habt ihr die Möglichkeit zwischen der Standardkarte und der ÖPVN, also öffentlichen Verkehrsmittelkarte, zu wechseln. und so seht ihr dann vielleicht, okay, hier in der Nähe, da kann ich mir doch eine Station suchen. Probiert auch das mal aus und als letztes habe ich noch eine Sache für den Messenger. So. Ihr seid in einem Gespräch und ihr möchtet irgendwem antworten. Dann ist das, um ganz ehrlich zu sein, sehr, sehr anstrengend hier auf der Apple Watch, weil die Finger dann doch ein bisschen größer sind. Ihr könnt euch aber ganz einfach eigene kurze Sätze oder Begriffe einspeichern. Wie funktioniert das? Wir gehen natürlich wieder auf das iPhone. So. Raus hier. Gehen in die Apple Watch und haben dann hier unter Nachrichten die Möglichkeit, Standardantworten auszuwählen und diese natürlich auch selbst zu schreiben. Und wenn ihr das dann gespeichert habt, dann tauchen sie eben unten in der Liste auf, neben den ganzen anderen Schnellantworten, die wir hier eh schon haben. und da spart ihr euch dann eben das Getippe. Ob es jetzt um die Badehose geht oder hey, bring mal noch, ich weiß nicht, Toast mit oder sonst was, das ist euch überlassen. Auf jeden Fall soll es das jetzt gewesen sein mit mir und den besten Tipps und Tricks zur neuen Apple Watch für Apple Watch Series 4. Falls ihr noch weitere habt, dann schreibt sie in die Kommentare und damit war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.